Der Tod im Roten Jaguar. Ein neues atemberaubendes Abenteuer mit Weltklassebesetzung. Jerry wagt ein gefährliches Spiel. Er lässt einen Mörder bestellen. Für sich selbst. Es ist ein Wettlauf mit dem Tode. Geister, leg dich um! Jerry geht bewusst in die Falle. Das Spiel wird bitter ernst. Ich habe Angst. Hinter jeder Tür lauert der Tod. Interessanter Typ, sehr interessant. Würden Sie aus dem Gesicht lesen können, dass er ein Mörder ist? Jeder Mensch ist ein Mörder. Na großer Meister, grüß dich Phil. Bist du mit dem Jaguar gekommen? Ohne Jaguar fühlst du dich wohl wie barfuß, was? Ja, spiel da nackt. Jerry Cotton erwartet sie.